Einmal, einmal, ich werde immer unmittellich schlürfen, einmal mega Panzerhaut schlürfen und let's go Let's bonk his head Und ich bin direkt auf ihn drauf und wieder runter, weil du hast gebitzt Ja Wollt ihr ja gerade brüllen oder so Ja, er hat es aber nicht gesehen, weil er blind ist Let's go Easy Natürlich Mach du nur Äh, du bist ja auf ihm drauf Wait, ich hab nur eine Blitzkapsel Mmh, jahoo Feuer, gebt, Verwirrung Was für noch mehr Dass er liegt Und nicht fliegt So, und was ich reinfühlt war Deswegen darf er das jetzt nicht mehr machen Okay Nee Feier, gebt und Verwirrung Äh, nicht die Verwirrung, aber zumindest es gibt So Äh, was ist mein Gegengift, was ist mein Gegengift Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Jetzt kann's auf den Kopf gehen Okay Jetzt kann's auf den Kopf gehen Okay Oh ja Das war gut der Mensch Ja, Mobbing Ja, Mobbing Er hat's verdient Easy So, ich hab aber keine Ich hab, äh, keine Blitzprobleme Ich hab's Oh man Ah verwirrt Ja Ok Das Äh Bei Looch Aber Hast du noch Schwarzspiel? Ja, ne? Ja Oh, juhu 210 Auch ich muss wetzen Müsste ich auch Aber warum wetzen? Hm, hab ich mal wetzen hier irgendwo auch? Nein, ok War nicht gemacht Ich kann keinen wetzen Ich kann keinen damage machen Weil dann reichen wir die ganze Zeit Mit dem fucking Hammer ab Na so Dann wetz ich aber auch Wollt ihr weg? You go nowhere Oh ja Lass ihn doch gerade einen Schritt nach vorne kommen Danke Jetzt go Aha Das war doch eigentlich gar nicht also Das war doch jetzt Das war doch jetzt Relativ Ja, das war doch relativ angenehm Ist war angenehm Ich muss noch einmal aus dem Schwanz leiden Ich hab's gehört Ich hab's gehört Gibt so ein Mie mit Lisa Simpson Wo sie dann so guckt What dumbest? You wanna fight? Kenne ich keine Echt nicht? Nein Sie Äh 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 Er hört sogar schönes Hündchen bellen Mh Was ist da meckern? Ich weiß gar nicht, ob das unser Hündchen ist Oh, okay Hat sich so ausgehört, als käme jetzt von draußen Okay Ja, okay Die siebener Sachen Das sind halt so Urikan Rathalos Ah, okay Du hast das Du hast das Azona Rathalos Ding noch komplett Äh, ne Ich habe Drei Azur-Rathalos Ein normales Rathalos Und ein Zora Magdaus Das ist dann noch sechs Okay Gut Zumindest jetzt wieder ein bisschen Moneten Let's go Äh, wir Geraden Äh Wir geraden ab Und zwar zumindest ist da Der Western Nice Und das da Der Western Nice Alright Und dann fehlt wieder Dann fehlt wieder das Geld Nice Ich glaube jetzt können wir aber Ne, ich kann immer nochmal probieren Wie kommt es dazu? Machst du jetzt auf einmal mehr Dark oder was? Ne, aber ich halte mehr aus Es geht halt darum Wenn ich weniger aushalte Kann ich weniger Damage machen Weil Ich ja sehr viel getroffen werde Und ich dann die ganze Zeit nur Tränke anschlürfen bin Anstatt Damage zu machen You know? Yes, yes Yes, indeed Der weiß ich weiß Mehr, mehr Damage ist mehr Damage Und in dem Falle mehr Aushalten ist mehr Damage Ah, okay So sieht's, äh, so sieht's nämlich aus Bereit Und noch ein kleines bisschen Geld Ich guck grad, was ich noch verkaufen kann Ich muss ja nochmal mein Zeug in mich nehmen Weil, dann kann ich meine Waffe noch ein letztes Mal upgraden Ich hab wieder keine Blitzkäfer Oder? Doch, ich hab Blitzkäfer Habe ich keine Blitzbomben Weil du dir keine gebaut hast Oder so Ja Ist halt wirklich so Speichern So Wenn wir das Tortenmenü anpassen Ja, ich hab hier eine simple Blitzkäfer Hat man ganz normale genommen Ich sehe, das ist leicht Das ist wirklich schlecht Ah, war noch ganz kurz Also ich hab jetzt die Kostwahl Oh, alles Alles, ich hab hier noch rein Sehr schön Ja, ich hab dann muss ich sogar nochmal Das Set einmal speichern Damit das Tortenmenü überschrieben wird Also Darauf erstmal 18 Blitzkäfer geerntet Auf einer Quest Ja, ich muss gucken Dass ich die Dass ich das Erntedings da bekomme Da kann man bestimmt auch Blitzkäfer reinballern In den Botaniker, oder? Was denkst du, wo ich gerade 18 Blitzkäfer herbekommen habe? Ja, okay Vom Botaniker Ich hab mir ein paar Bitterkäfer noch gemacht Ich kann mir ein paar Wettere Tränke machen Hm, Kostostränke need to be better Okay All right Jetzt geht's rund hier Vielleicht noch ein An die Ja Hoppa Ja, wir haben zwei Kaltgetränke mitgenommen Oder? Da waren wir auch wieder Da waren wir vier drin Okay, perfekt Gut Also vier für jeden Ähm Denk bitte dran, die Kristalldinger vor dir jetzt gleich aufzuheben Die blauen Ja Zum Schießen Erstmal Dämonen mit Und wenn du ihn schön zum Staggern bringst Mit den Dingern Kann ich dir den Kopf kaputt hauen Also Wund hauen Ja Ja Dämonen Ja Dämonen 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 Das war so hart Ich kaufe So far Und in the end Doesn't even matter Hmm so sei denn bestimmt auch nicht jetzt schon doch doch direkt ja wie geblendet er kann okay ich muss jetzt zweimal machen auf dem top dann ist er kopf jetzt kannst du da i am doing that Ja, ein Knüppeling. Ein Knüppeling und ein Drehing. Boah, so gut. Ah, und ich bin auf ihm drauf. Das freut mich. Ich bin wieder runter. Das ging schneller als erwartet. Ja. Das ist mir gleich ein bisschen zu mobil gerade. Okay, mein Lebenskraftmantel wird nicht mehr. Hm. Okay, jetzt nehmen wir den mal nochmal aus. I tend to flyen. Ja, eine wird, bevor ich meine Ladwagen aufgenommen habe. Ja, warum, warum wir eine Gigantik nicht schaffen? Also, ist sogar for real, aber... Was war das denn für... Was ist das denn für ein Glibber, was du gerade gemacht hast? Das ist meine Katze, die macht sowas manchmal. Ich mag einfach den Slide-Angriff. Er ist so nice. Äh, der Gigantik kann den Fallen, oder? Die Blitzfalle. Nein. Nee. Ne. Da ist doch ein Nöpster. Ah, okay, okay. Ja, never mind. Stimmt. Jetzt werde ich noch mal auf ihn drauf. Noch wieder, jetzt schlag ihn. Nein. You don't get rid of me! Okay. Okay. Scheiße, Landwahl. Ein bisschen auf dort. Also fühlt sich schon wirklich 5.000 mal besser. Oh? Da war aber wirklich nur kurz verwitzt. Mein verfickter Elan-Move. Ich krieg ihn nicht raus. Ich krieg's nicht hin. Immer. Entweder brüllt er oder er greift mich an oder du wirfst mich nach oben. Ich könnte kotzen. Alter. Alter. Ja, ist halt so. So. Ich mein, was willst du tun? Ich krieg meinen Move mal jetzt auch nicht raus. Was? Komm mal hier. Ja. Okay. Ich habe das kaputt. Jo, bist du nicht, ich bin. Okay. Ah, ah, eh. Wie ist der? Oh? Ich habe das kaputt. Ich habe das kaputt. nein aber wenn ich los lassen kann ich jetzt mal aufhören mich hier um zu rippeln merks jetzt hab ich mich wenigstens dass ich ein bisschen damage gemacht hätte ich hab nichts mehr aufrecht dann warte ich jetzt erst mal noch also ja ich kann auch mal wetzen er kann auch mal wetzen es gibt noch so einen effekt den du vielleicht bräuchtes affinitätsschlitter wenn ich die ja weil ich das gerne mache ja aber ich weiß nicht ob der wirklich so wert ist bei manchen schon so du kannst sobald du soweit bist ich habe gar keine ich hätte fastbomben mit holen müssen ich muss eigentlich immer fastbomben dabei haben wie das hat aber nicht vorher gelaufen das war weg irgendwas ich habe nicht seinen kopf komplett vorgesoffen ich will trinken hat ein bisschen was kaputt gemacht ja okay nice ja ich krieg aber wirklich kaputt haben wir an ihm aber auch noch nichts ne doch jetzt irgendwas kann ja ich habe ich habe genug auf den kopf gehauen und ich bin kein herzliches mal verreckt ich schon auch meine kraft hat mich hoch holt dieses glibber zeug ich war auf null hp das macht das ja ich habe zweimal in der gigante material aber wir haben einmal was kaputt gemacht und hier noch eine gigante kalle und hier noch eine unzählige dach mit schwein bitte käfer gib mir was gutes okay dann nicht HER sie 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 sie